Die neueste Version von PocketCode erlaubt es uns nun auch, den Touchscreen von unserem Smartphone besser einzusetzen. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir ein Objekt mit dem Touchscreen bewegen können. Dazu brauchen wir zuerst einmal irgendein Objekt. Als ersten Baustein wählen wir, wenn der Bildschirm berührt wird. Unter Bewegung finden wir den Baustein Gehe zu. Als Option gibt es hier Zufallsposition oder Berührungsposition. Wir nehmen Berührungsposition. Testen wir nun das Programm. Immer wenn wir den Bildschirm berühren, wird unser Objekt an dieser Position platziert. Allerdings passiert noch nichts, wenn wir mit unserem Finger über den Bildschirm wischen. Das können wir nun ganz leicht ändern, indem wir einen Wiederhole-Fortlaufen-Baustein vor den Gehe-zu-Baustein platzieren. Nun können wir das Objekt mit unserem Finger steuern. Ein weiteres neues Feature ist, das gemessen werden kann, wo der Touchscreen berührt wird. Je nachdem, wo ich zum Beispiel den Touchscreen berühre, soll mein Objekt ein anderes Verhalten zeigen. Dazu wählen wir zuerst den Wenn-Hm-Hm-Hm-Hm-Wahr-Ist-Baustein aus. Und als Verdingung gehen wir zuerst unter Gerät. Hier finden wir Bildschirm berührt x und y. Ich wähle hier, Bildschirm berührt y und größer als 0, da mein Objekt nur dann etwas tun soll, wenn ich auf die obere Hälfte des Bildschirms tippe. In diesem Fall soll es dann einfach größer werden. Natürlich kann ich das auch noch andersrum machen. Berühre ich den Bildschirm in der unteren Hälfte, soll mein Objekt kleiner werden. Testen wir das Programm nun. Zur besseren Ansicht schalte ich auch die Achsen ein. Super, je nachdem wo ich den Bildschirm berühre, verändert mein Objekt nun seine Größe. Zusätzlich bewegt er sich auf die angetippte Position. So eine Touchscreen-Steuerung ist schon was cooles, oder? So eine Touchscreen-Steuerung ist schon was cooles. Die Touchscreen-Steuerung entspricht diesem Mal.